So, hallo Leute, herzlich willkommen zu unserem ersten Let's Play Together. Das ist Pierre, ich bin Nils und wir spielen Minecraft. Ja, und wir spielen Minecraft. Und ich würde mal sagen, wir fangen uns an. Sollen wir zusammen ein Haus bauen oder sollen wir so einen Nachbar-Style machen? Ja, lassen wir erstmal zusammen eins bauen. Erstmal so Grund-Style, damit wir auch die erste Nacht überleben. Die erste Nacht, sagst du? Ja, ich glaube die wird hart. Ja, dann bauen wir ein paar Bäume ab. Ja. Zusammen eine Bude, damit wir so richtig hart bumsen können. Das meinst du? Doppelbett? Oh ja. Hammer geil. Ja, dann gehen wir mal runter. Wo sind wir? Da. Ach du, bist hier am abbauen? Ja, ich baue hier ab. Ich wollte gerade deinen Baum klauen, aber das hat nicht funktioniert. Nee, du klaust mir gar nichts. Ich habe Schweine und Kühe, ganz viele. Ich weiß, also die kannst du... Nein, schlachte die erst so Holzschwerden und dann schlachte die mal schön. Meinst du? Because it got... Ja, weil das dann... Ja, weil du da mit deiner Hand drauf haust, so... Dann bist du morgen noch nicht fertig. Dann geht das jetzt BetTogether prüft sich folgen, wie du ein Pferd versuchst zu töten oder so. Ja, gut, das stimmt. Hammer geil, ich baue hier gerade einen anderen Baum ab, also wird gleich erstmal schön. Richtig buntes Haus. Ja, ja, da gibt es ja diese verschiedenfarbigen Bretter-Dings, ne? Ja, ja, genau. Hammer nice. So. Bist du im Winter-Biom oder wo? Ja, da bin ich gerade. Ich bin gerade so rüber getänzelt und habe mir da so gedacht, nimmst du mit, wenn es umsonst gibt? Ja, und jetzt... Hast du auch die Errungenschaft dreimal auf Holz geklopft? Fass sie durch. Kann man da irgendwo nachgucken? Äh, nein, eigentlich nicht. Ich glaube nicht. Also ich habe vier Holz abgebaut. Du hast vier Holz insgesamt jetzt? Ja. Ja, da habe ich 19. Also da musst du schneller sein, Nils. Äh, Entschuldigung, das war mein Bruder. Oder auch nicht. So, warte mal, dann mache ich mir jetzt erstmal eine Werkbank, sagste. Und dann direkt auch nochmal... Komm, ich pflanze hier direkt mal was nach, ne? Ja, ja, ich kriege hier irgendwie keine Saplings oder keine Ahnung. Okay, weißt du? Und ja. So. Mit einer Axt geht dann auch schneller, ne? Ja, das stimmt. Das ist noch die Idee. Wovon wir denn bauen? Wollen wir da oben auf dem Berg bauen oder hier unten? Ich glaube eher unten, ne? Meinst du? Ja, weil... Keine Ahnung. Dann ist es schön flach und wenn wir dann auf dem Berg bauen müssen wir das nochmal begradigen und so. Ja, das stimmt. Wo rennst du denn schneller rum? Äh... Ja. Ich sehe deinen Namen gerade nicht. Bist du mal im Winter beigehoben? Ja, ich bin gerade so über den Fluss geschwommen. Rand du da mal irgendwo rum, solange du mich wieder findest. Ja, ich baue jetzt erstmal ein bisschen weiter, aber dann komme ich gleich zurück. Okay. Ich mache mir erstmal hier so eine Axt, so ein Schwert und dann... Ich glaube ich die ersten Tiere kaputt. Töte aber nicht alle, dann können wir die nachher noch vermehren. Ja, ich lass von jedem mindestens zwei über. Also... Das wäre schon nicht schlecht. Spawnen die eigentlich wieder nach, oder? Nein, eben nicht, ne? Also in dem Gebiet spawnen die ja nicht nach. Du musst sie dann woanders suchen gehen. Die spawnen einmal und dann sind sie da. Weiß ich. Also habe ich zumindest so gehört, ne? Ja, habe ich auch gehört. Wo warst du? Ach, da muss ich jetzt glaube ich lang. Du bist da, wo 20.000 Kühe sind, ne? Ja, ich bin oben wieder. Ich habe da oben meine Workbench hingebaut und... Achso. Ja, bin ich hier richtig? Hallo? Habt ihr Nils gesehen? Wenn ihr jetzt meine Aufnahme sehen könntet, das ist äh... Ich bin ja umgeben von Kühen, aber kein Nils. Obwohl, wenn ich jetzt die gerade so Kühe sehe, dann... Müssen sie auch gleich mal dran glauben. Vielleicht habe ich mich auch verkleidet. Vielleicht bin ich ja eine der Kühe. Ach, dann glaubst du schon die Viecher kaputt, dann brauche ich die ja nicht mehr machen. Weiß ja nicht, also ich weiß nicht, ob das unsere Viecher... Also ob das... Keine Ahnung, ich glaube... Ich schlachte die jetzt einfach und dann ist gut. Moin. Renn doch nicht weg. Wer ich? Wo bist du denn? Nein, die Kuh. So. Oder der Stier, was auch immer. Sieht irgendwie... Die dreht sich im Kreis. Stierhoden. Und da ist der Kopf ab. Wär schon leicht, wenn man dir irgendwie Headshot geben könnte. Du haust einfach drauf und dann... Ja, so, wo bist du denn hier? Immer noch 10.000 Kühe. Ich seh dich nicht. Ja, ich weiß auch nicht, wo ich bin. Ach, da hinten. Da hinten rennt's rum. Ich bin hier oben auf dem Berg. Hier, ich bin am Rumspringen. Ich seh dich. Du siehst mich. Ja, hier oben. Okay. Okay. Hast du dich gesehen? Nein. Gut. Noch nicht sehr scharfe. Scharfe sind wichtig. Scharfe geh ich töten, oder? Ja. Die... Nein, 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 nein. Dann müssten wir 6 Stück finden, wenn wir die töten wollen. 2. Ja, da... Ich weiß nicht, also... Hey, wo bist du denn, Alter? Ich... Ich... Ach, hier ist deine Werkbank. Hier ist aber deine Werkbank. Das ist schon mal ein Hinweis. Hä? Ich stehe jetzt auf... Oh, da ist auch noch Bretter, hast du liegen lassen. Das sind jetzt meine. Ich glaub, das ist deine Werkbank. Ich hab gar nichts liegen lassen. Oh, ja. Das ist meine Werkbank, ja. Könnt' ich da grad hingebaut haben? Ja, aber trotzdem... Hä? Ach, ist mir jetzt auch... Das ist die Aufhörme voll verwackelt, wenn ich so lachen musste. Boah, ich bin schon am Heulen voll lachen, Alter. Tut mir leid, aber... Ganz ehrlich, ich seh immer noch kein Schniels. Warte, ich komm hier entgegen. Ich hab' dich grade gesehen. Ist doch noch Berg vor am Winken, aber... Du hast uns verprägt. Du warst am Winken, ja. Und ich bin hier am Pinken, na, also... Hast du Schafdruck? Ich geh jetzt auch nen Berg. Ja, null Stück. Okay. Das ist ein Oktopus. Ein Oktopus? Wo bist du denn? Ich bin jetzt den Berg hochgegangen, wo ich stand. Ist... In der Hoffnung, dass du da bist, aber... Das ist deine Werkbank, ja. Das war meine Werkbank. Ah, da, 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 da. Bleib stehen. Ach, da bist du denn? Aua. So, okay. Ich glaub, ich hab' erst mal... Genug Holz, würde ich jetzt mal behaupten. Wo bist du? Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal... Wo sind wir eigentlich jetzt, äh... Das ist ein Dorf, das ist ein Dorf, das ist ein Dorf, das ist ein Dorf. Wo bist du denn, Digga, ey, Mann? Ich hab' keinen Berg, wo du gerade hochgelaufen bist. Oh. Ach, da, moin. Da ist ein, äh, ein Dorf. Soll man das plündern? Soll man das plündern? Wollen wir da... So, wo ist denn... Ja, wäre jetzt meine Render Distance hoch, dann würde ich das doch wahrscheinlich sehen. Was hast du denn eingestellt? Ich hab's jetzt, warte. Ich schau' mal nach. Auf... Gering. Hey lol. Normal, Alter. Okay, ich hab's auf normal. Scheiße. Ich auch jetzt. Oh, mein Auge. Äh, ja. Ja, ich merk's, äh... Lass das in dem Haus verstecken. Ja. Ich folg dir einfach mal, weil du ja sagst, du weißt, wo... Hier, ne? Boah, mein Auge hat grad irgendwelche Zuckungen, Alter. Ich... Ach, da, moin. Ja, da ist Helgendorf, du hast ja nicht gelogen. Ja, hä. Solltest du mich ins Loch rein? Du hast meistens so Miedenschächte, hab ich gehört. Ja. Warum haben die Viecher... Warum sehen die anders aus? Der eine ist blau. Ja, bei mir sind die alle default, ne? Der eine hat einen weißen Kittel an. Sieht aus wie ein Doktor, der dir grad verarztet oder so. Ich weiß nicht. Vielleicht haben die sich fast... Ist ja auch egal. Wo bist du denn? Ey, du... Moment, ich bin... Warte doch. Lass mich doch mal ausreden. Ich bin rausgeflogen. Okay. Du bist rausgeflogen? Ja, irgendwas mal mit dem Server. Minecraft... So, entschuldige die kurze Pause. Mir ist die Aufnahme mal eben abgeschmiert, aber weiter geht's. So, was ist... Guck mal, die haben hier... Die haben hier eine Werkbank, Bücher, ohne Ende. Ja. Aber keinen verfickten Ofen. Die haben hier keinen Ofen. Nicht... Nicht mal irgend... In keinem Haus. Das nervt mich grad richtig. Obwohl, okay, wir haben auch keine Kohle, ne? Aber... Richtig. Aber Weizen haben die. Snack ich mir. Hast du hier oben schon? Äh... Nein. Hier oben steht in den Ofen. Nein, oder? Oh, da ist ein Creeper. Ich... Geh mal ins Haus. Wo ist ein Creeper? Keine Ahnung, hinter mir. Irgendeiner hat gegen die Tür. Ich will... Oho. Das könnte ein Zombie sein. Warum hab ich keine Tür? Was ist das denn hier für ein Dorf, Digga? Das ist... Das ist... Das ist ja richtig... Boah, wie der Dorf, wo der abgeht. Der rennt hier rum wie sonst wo... Hey, wo ist der hin? Ach da. Der steht da auf dem Tisch. Ich glaub, der da ist. Hey, was hast du mit dem Dorf zu meckern? Das Dorf... Oh, fuck! Ohhhh! Komm doch her! Mich kriegst du nie! Äh, das steht mitten so auf dem Berg. Das ist... Die Häuser sind total... Oh, da ist der Zombie. Bist du in nem Haus, wo ein Zombie draufklopft? Nö. Ich glaub, wo du stehst. Hier ist ein Brunnen. Ein Brunnen? Ah... Ja, da bist du ja. Moin. Wo ist denn der Zombie? Ich bin very hungry. Wir sollten uns jetzt erst mal... Lass es kommentieren ins Haus. Wir machen uns jetzt erst mal so ein bisschen... Ach, hi. Oh no, hi. Ich sag ne. Nicht sterben, das wär nicht geil. Dann spawnst du wieder irgendwo... Ja, mach meine Tür zu. So, dann mach ich jetzt erst mal... Was zu essen? Ja. Warte mal, ich muss mal eben. Hast du was zu essen? Nein. Hast du nicht. Moment, Moment, Moment. So, warte mal. Ja. So. Irgendwo... Geh mal weg da, Mann. Ich will da durch. Warte. Ich schlage gerade was ein. So. Ja, ist sehr gut. Okay. So, ist hier. So. Ich brauch ne Schaufel anscheinend. Ja, ich versuch... Obwohl, warte mal. Ich geh einfach zu den anderen Häusern und snack den als Koppel weg. Dann können wir uns nen Ofen bauen. Ja, okay. Joppen die doch gewonnen, irgendwas zu cooles? Nein, die machen eigentlich nichts. Die sind in späteren... Also, nicht töten. Obwohl, den Eindruck zu töten. Handeln, ne? Später. Ja, ab 1.3 können die handeln. Haben jetzt schon irgendwas gesagt, wann die rausbringen 1.3? Nö. Also hab ich nicht gehört. Aber wenn ihr was gehört habt, könnt ihr natürlich in den Kommentaren schreiben. Genau. Das wär sehr nett. Alter. Was? Hast du hier aber zu weckern? So, ich hab genug Stein eigentlich, ich weiß gar nicht, wenn wir dich machen. So, ich bin wieder in deinem Haus, ne? Ich brauchst du uns jetzt... Oh, hier ist ein Baby. Ein Baby-Doppen, woher ist das so süß? Hast du schon mal ein Baby-Doppen, woher gesehen? Nein. Hier ist einer. Aber... Ich weiß nicht, warte. Wo bist denn... Jo. Komm hier. Ein kleiner Doktor. Da unten. Da drin. Lol. Hauptsache voll die Thaddeus-Nase. Moin. Kinderschläger. Kinderschläger. Wuuu. Na, du mit dem... Na, du mit dem wohl handeln kannst. Weiß ja nicht. Mit dem Kleinen kannst du zwischen Lollis handeln. Du brauchst ja da total behaust ab. Ich hab ein Kohle. Oh fuck, ich sterb hier grad, weil ich kein Essen hab. Warte mal, ich hab uns doch einen Ofen gebastelt. Ja, hast du noch Tiere geschlachtet? Ja, genug. Ähm. Warte mal. Jetzt basteln wir uns erstmal... Warte, warte. Ich kann dir einfach Holz... Oha. Ich mach grad Kohle. Ah, Mann ey, das tut voll weh. Mein Magenrumor hat... Das Damage, weil du kümmerst. Ja, aber man überlebt das ja. Man hat ja noch ein Herz oder so. So. Erstmal hier seine schlechte Angewohnheit ausüben eben. Wenn nicht ein... Alles klar. So. Ist das fertig? Warte mal, ich schließ mal eben alles. Hast du meine Kohle geklaut? Was hab ich gemacht? Hast du die Kohle rausgenommen? Ach Quatsch. Ja, die musst du da... Ich hab das Fleisch. Tu das mal wieder. Tu mal ein bisschen Kohle rein. Ah, oder gib mir einfach... Ich hab... So, dann brenne ich hier mal so ein bisschen Kuhfleisch. Ach ja, ich hab ja auch noch sieben Läden. Ja, soll ich mir was... Ich bastel mir jetzt hier... Was cooles. Boah, der Regen nervt mich. Wir könnten ja den Regen ausschieben, aber das wäre ja scheiße. So, guck mal, sehe ich jetzt... Weil beim Fahrradfahren... beim Fahrradfahren jungs immer den Helm tragen. Sonst könnt ihr euch böse verletzen. Hab ich gelernt. Ja, der ist weit weg. Ja, der kommt ja eh. Ne, wenn so... Moin, was machst du hier willst raus? Tür offen. Ja, dann nicht. So, ist der TC fertig? Oh, drei Steak. Das sind jetzt meine. Du kannst das nächste haben. Boah. Hammer nice. Hammer nice. Oh. Boah, Nacht und Regen. Und schlimmer geht's nicht. Wann bei Minecraft eigentlich von Blitz getroffen werden? Nein, aber wenn du ein Holzhaus hast... Und der Blitz trifft das... Hä, warum? Dann kann das wieder brennen. Warum ist der Kleine jetzt auf einmal... Tot? Creepa, Creepa, Creepa! Oh, fuck. Fuck. Komm rein. Tür, ich hab die Tür offen. Du bist dran vorbeigewandt. Ich hab mein Minecraft drückt, ey. Toll. Lass mir echt gut bei dir her. Ja, ich weiß nicht. Also... Wir kommen nur durch den Garten. Ich mach dir eben hier... Geh schon. Jetzt guck dir das weg. Ja, gut. Dann mach dir selbst den Weg frei. Oh, Alter. Da hab ich mich erschrocken, du. So, jetzt bin ich... Oh, da bist du ja. Moin. Ey, so... Ich glaub hier ist noch ein bisschen Steak für dich drin. Drei Stück. Kannste nehmen. Ja. Drei Stück. Da darf man wohl auch was essen. Ne, da klappt... Das nick... Das nick ich nicht. Oh, du Wixer. Hier, ich kotze dich zu. Dankeschön. Ja, kein Problem. Also... Ich glaube... Das wird die geilste erste Folge, die es jeweils auf YouTube gegeben hat. Ist doch, ne? Wir sind aber gleich schon fast an der zweiten. Ja? Glaub schon. Wollang sollten wir schon? Oh, ja. Oh, ja. Wir sind schwul. So, dann baue ich jetzt erstmal ne Schaukel. Was war das vor? Aus Koppel. So. Dann... Obwohl, jetzt hab ich die Schaukel gemacht. Ich bin blöd. Egal. Dann... Buddel ich mich hier an dem Boden mal. Bis jetzt Pole suchen geht. Hm... Ja, und Koppels, ne? Weil die braucht man ja auch erstmal am Anfang. Und ein bisschen... Ja, damit ich mich auch gleich wieder hochkrammen kann. So. Siehst du eigentlich was? Ich? Ähm, nein. Bei meinem Bruder. Vergiss mal, das hochzustellen. Grafikeinstellung. Aber ich hab Fackeln gesnackt. Zwei Stück. Von den anderen. Auch Helligkeit ist auf hell. Okay. Die benutze ich jetzt einfach. Das ist nämlich zugebuddelt also. Was? Oh, ja. Das könnte... Ach, deswegen ist es auch immer dunkel geworden, du. Ja, Moment. Ich buddel dich wieder frei. Ja. Ah, jetzt... Ja. Jetzt sehe ich so oder sowas. No. Aber wir bleiben hier nicht im Dorf, oder? Wir bauen uns schon ein eigenes Haus, oder? Ja, wir bauen uns ein eigenes Haus. Irgendwo heute wieder ein Zombie gegen. Ja, da klopft wohl jemand an. Lass ihn doch rein, den hinten Postboden. Dann lauft er die ganze Zeit rum und guckt, aber ich krieg nichts. Also ich... Ja. Der nette Herr. Warum haben die eigentlich diesen Scheiß Gravel hier mitgenommen, wenn ich... Achso, damit er aufs Dach... Nö. Ja, weil das cool aussieht. Ja, weil das cool aussieht.